Hallo meine Lieben, hier habe ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Hier in der Türkei sagt man auch 1 plus 1 dazu. Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Diese Zwei-Zimmer-Wohnung in Kestel mit Sauna, mit Jacuzzi, mit Pool und so weiter kostet 75.000 Euro. Und ist in Kestel. Dieses Foto ist etwas gezogen, also man hat nicht so schönen Meerblick. Das wäre das richtige Foto. Also minimalen Meerblick, aber trotzdem man sieht das mehr. Und knapp 10 Jahre alt, aber voll ausgestattet. Wie ihr sehen könnt. Und hier geht es zum Gebäude mit Gartenbereich. Wer Lust hat, meldet sich. Schöne Küche, die Geräte sind mit dabei bei 75.000 Euro. Wer Interesse hat, meldet sich vor Ort. Vielleicht können wir ein bisschen runterhandeln. Und hier eigentlich eine schöne Wohnung. Nicht so groß, leider. Aber was will man erwarten von einer 1 plus 1 für den Preis. Und hier haben wir Sauna, wie schon gesagt. Und so ein Jacuzzi-Bereich und Fitness-Bereich. Die Nebenkosten sind 200 türkische Lira im Monat, weil hier einiges dabei ist. Hier, das ist nicht Aschbezug. Das hier ist der Glasbalkon, also mit Glasschiebetüren verkleidet. Und wer Lust hat, sagt Bescheid. Dann können wir eine Besichtigung vereinbaren. Und vielleicht gefällt es euch ja. Sowas von mir. Liebe Grüße aus Alanya. Und bis zum nächsten Video.